Fellows präsentiert die Lotus VE Sitz-Steh-Workstation. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Kabel ganz einfach mit dem Kabelmanagementsystem verlegen können, um Kabelsalat zu vermeiden. Ihre Lotus VE verfügt über einen Kabelkanal und vier Clips. Drei davon sind nicht vormontiert. Bringen Sie zum Start Ihre Lotus VE in die höchste Position. Befestigen Sie zwei der Kabelclips an der Unterseite der Plattform. Richten Sie nun Ihre Workstation mit Monitor und Zubehör ein. Sofern Ihre Tastatur und Maus mit Kabel betrieben werden, führen Sie diese durch die Öffnung an der Plattform und entlang der Clips unter der Plattform. Führen Sie die Kabel an die Hinterseite der Lotus VE und mit dem Monitorkabel entlang des Pfostens nach unten. Schon ist die Lotus VE einsatzbereit. Werden Sie aktiv und arbeiten Sie ab sofort gesünder mit der Lotus VE Workstation. Führen Sie bei uns zur Kontrolle für Kabel sch celular。 Führen Sie die Kabel, die Kabel für die Kabel und Schraubchen erfolgen. Untertitelung des ZDF, 2020